Moin Leute, zurück bei Jedi Fallen Order So, und zwar hier auf Datumir, wie man sieht hier Hat ja schon ein bisschen angsteinflößende Optik hier gerade Aber, ja, wir stehen direkt draußen, warum auch immer Aber so hat das Sprecherpunkt gestartet So, wir wollen mit ihm reden Ich weiß, was zu tun ist Ich hab's schon getan Kerl, selbst die stärksten Jedi Ich bin nicht Triller Ich schaff das Ich weiß, das hab ich auch nicht gesagt Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt Es ist okay, Sia Echt Ich sorge mich um dich, Kerl Mir nicht Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme Aber ich muss mit euch reden Ich brauch Hilfe Ich höre Ich spüre wieder die Macht, aber Bin immer noch blockiert Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen Sehe ich Meister T'Pol Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren Du musst dir Zeit lassen Sia, ich... Vielen Dank, es war wichtig Ich weiß nicht viel über Datomir Überrascht mich nicht, das geht vielen so Ich weiß das meiste von Cordova Er hatte seine Gründe, hierher zu kommen Sieht so aus Das heißt nicht, es ist sicher Pass gut auf, Kerl Wir reden später, Kerl Okay So, wie man hört, husten habe ich immer noch So Aber wir gehen jetzt los hier Gucken, was wir machen Ich finde das Astrium auf Datomir Da geht es also weiter Okay So sieht mich eigentlich noch gar nichts, glaube ich Nichts erkundet Warte mal Äh, Landeplatz 16 Kisten Viel Geheimnisse 0% erkundet Natürlich Ja, aber mal gucken, was passiert Ich könnte mal kurz mal hier ein bisschen gucken Okay Das sieht alles sehr, sehr schön aus Sehr einladend Nichts Ähm, ja, mal gucken Hier gibt es auch einen Stim-Behälter Jetzt will ich mal schauen, ob ich den finde Ich bin sehr gespannt Wow Wow Zum Glück haben wir da nicht gestanden Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus Nee Aber was wir dann wahrscheinlich gleich nochmal eben Weckschnitzeln So, ein Update-Datei kam auch nochmal rein Ja, super, das ist immer angezeigt, wie man mit einem Spiel ist Ist immer richtig schön Nichts So, wo sind wir jetzt hier? Bürgerklippen Okay, hier gibt es mehrere Sachen, wo ich hinkam, wo ich hin muss Das wird sich zeigen Aber das Viech muss doch schon erstmal ein bisschen, oder? Es scheint ziemlich böse zu sein, das Viech Boah, der haut gut rein Das haut gut rein Das haut gut rein Und der andere war schnell auch noch So, jetzt weg So, jetzt weg Jo, alles klar Oh Ekelig Ekelig Pekelig So, Fluchtrückenspinne, okay So, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wo ich hin muss Ist nichts angezeigt Wahrscheinlich muss ich hier überall lang wandern und alles angucken Okay Sie ist verriegelt Okay Aber man kann da reingucken Oh, da ist doch irgendwas Schönes Und dann mal lang Oh, oder auch nicht Oh 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 Ich führe irgendwelche Krabbelfiecher. Was ist das? Geh nichts, alles klar. Jo, gehen wir einfach mal weiter. Irgendwie kommen die Grannen, ich bin weiter. Dann guck mal, da oben kann ich nicht anklettern. Wie sieht das? Wieder hoch. Ich glaub nicht. Na ja, das müssen wir mal nochmal angucken. Letzte Dinge. Hm. Auch immer gut. Ich hab einen neuen Controller und irgendwie das Gefühl, dass es trotzdem nicht gerade instant die Steuerung so ist, wie sie sein soll, sondern eher ein bisschen passiv. Also, die ist nicht sofort da. Zeig mal. Da kam wo das Viech raus, wa? Verstattungskapsel. Oh. Oh. Wow. Schade. Hilf mir bitte. Gut gemacht. Tja, wo es jetzt so lang geht ist eine andere Frage. Hier sehen sie nichts. Kann ich hochklettern. So, schon mal eine Kiste. Oh, das ist eigentlich nur alles Cosmetics. Eigentlich braucht man die nicht. Das ist ja was doof bei der ganzen Sache. So, äh... Obere Bürgerklippen. Okay. Wenn ich jetzt hier so richtig unterwegs bin, weiß ich wie gesagt nicht. Doch. Ja. Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Schwester in der Nacht drehen. Okay. Dass es so toll wird. Ich hoffe, dass es keine Gegner. Hm. Die Nerven ganz schön. Abkürzen freigeschaltet. Sehr schön. Was? Lass mal sehen. Eine Warnung. Unheilvolle Statur. Gut, dann soll ich da vielleicht nicht reingehen. Ja. So wird's gemacht. Du musst das einfach wissen, stimmt's? Ja. Sehen wir es uns an. Mein Sender halt mag es. Äh, da unten ist ja die Tür. War ein Weg dorthin. Gibt's gerade von hier aus glaube ich nicht. Oder vielleicht doch. Hä? So. Ja. 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 Okay. Rüber springen oder so. Reinspringen. Naja, wir gehen erstmal hier weiter. Unheilvolle Statue wird uns bestimmt was Schönes geben. Noch nicht. Die Sepho waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier, Jedi? Du musst deine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datum ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber... Vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, warte, ich bin nicht hier. Äh... Joa, danke. Ist das. Ein Feind! Nein. Äh... Kann ich hier irgendwie skippen? Kann ich hier irgendwie skippen? Nö, das finde ich eigentlich nicht, aber ich weiß gar nicht, was ich mit euch machen soll. Denkst du, du bist hier gewachsen? Hm... Vielleicht. Der flieht! Du kriegst dir mehr Mühe, Schwächling! Bereit zum sterben, Jedi? Oh, das war knapp. Vorrücken! Sind alle Jedi so schwach? Versuch's mal, Jedi! Ja, ja, ja. Ich krieg auch noch Beute. Keine Panik. Verhindert, dass er sich bewegt! Der zittert vor Angst. Nee. Gar nicht. Einen hab ich gleich. Einen hab ich gleich. So, warte. Na doch. Spack! Komm schon! So kämpfen wir mit mir! Ach, du kannst mich nicht zerbrechen! Oh doch. Die macht das mit mir übrigens. Rache-Krieger. Okay. Wie für gar nicht mal so schlecht. Wo sind wir? Obere Würgeklippen. Okay. Momentchen. Und Speicherpunkt for the win. Meine Damen und Herren. Wir haben einen Speicherpunkt. Die Gegner kommen zwar alle gleich wieder, aber wir haben einen Speicherpunkt. Hm. Wollen wir gucken, ob ich noch was freischalte oder nicht. Zwei Punkte hab ich ja. Was haben wir denn da? Ja. Ich hätte gerne einen Lichtschwertwurf. Warte mal. Und das hier. Kraftwurffähigkeitenpunkte. Erhöht die Reichweite vom Lichtschwertwurf. Hab ich überhaupt einen Lichtschwertwurf? Warte mal. Warte mal. Erhöht jeden Lichtschwertschaden. Das ist auch nicht schlecht. Äh. Kombi Verzögerung. Ja, ich lass den erstmal so wie es ist. Ich warte erstmal. Speicher erstmal ab. Und lass den erstmal auf mich wirken. Und ich würd sagen. Oh ne. Es geht noch weiter. Wo sind wir jetzt hier? Das Ton des Bruders. Okay. Oh, da kommt noch mehr. Unser Feind ist unter uns. Verstanden. Was ist derhin? Ja. Ich hab mich nicht schlecht. Und er hat mich nicht erwischt. Oh ne. Ja. Ich hab mich nicht erwischt. Ich hab mich nicht erwischt. Was? Ach, die kann ich nicht abwehren? Doch, doch. Alter. Sie geht einfach nicht auf. So, BD, wo bist du jetzt hingelaufen? Ach nee, ist noch da. Da wollt ihr aber eben irgendwo hin. Ich seh dich. Boah. Alter. Wo kommt er auf einmal her? Wie fehlt es an Überzeugung? Das stimmt überhaupt nicht. Die Körbler schwärmen in größerer Anschaffung. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Alter, das ist mir richtig anstrengend, Mensch. Was ist denn los? Oh, nee. Gut, geht doch noch. Oh. Äh, sehe nix. Was, der hat sich noch gerettet? Nicht gut. Bereit zum sterben, Jedi? Ja, ey, ich hab eh mein, mein Super eingesetzt sozusagen. Ja, mein Mach ist, das hat nicht funktioniert. Alter. Ach komm. Ganz ehrlich. Was soll ich das denn wissen? Ja, leck mich am Arsch. Guck mal, wie er guckt. Er ist auch richtig nervig. So. Brüder, helft mir! Ich werde dich vernichten. Dein Leben ist vorbei. Ey! Entschuldige, dass ich das schreiben muss, aber es geht nicht anders gerade. Alter, was ist das mit los, Alter? Ich glaube ich einen Speicherpunkt mache. Oder nicht? Ich bin grad sehr unsicher. Da kommen wir zu den ganzen Gegner wieder aber... weiß ich auch noch nicht. Ich hab keine Energie mehr Leute Funktioniert so nicht Ich muss erstmal in der Wiederspeicherpunkt Das geht nicht Das risiko ich nicht ein Obwohl wir jetzt alle wiederkommen Aber ich greide jetzt irgendwas ab Dann mach ich erstmal Schluss Dann geh ich hier nochmal durch Geht nicht anders Ist mir jetzt geradezu risikoreich hier irgendwas zu verlieren Das mach ich nicht Ne, ne, ne So, drei Punkte habe ich Jetzt die Frage was ich nehme Ist natürlich scheiße gerade Weil ich den gerade Ich kann da gar nicht Das gleiche Upgrade machen Oder doch Warte mal Äh Lichtschwertwurf Doch, das brauche ich So HL1 gedrückt Und dann Okay Alter Mann, Mann, Mann Es ist nicht einfach Ich muss erstmal klarkommen Hier auf dieser Schönen neuen Welt hier Datum hier Und ähm Ja, wie ich sagen Kämpfe mich demnächst wieder durch hier Und dann sehen wir uns wieder Am nächsten wird hier Auf Datum ja Reingehauen Und tschüss Tschüss Und dann kommen wirixò